Die Flaschenpost ist von meinem Papa, Captain Evraim Langstrumpf. Papa will, dass ich wieder mit ihm in den See steche. Er kommt und holt mich. Pippi, willst du mit in den Zirkus? Ich kann gehen, wohin ich will. Ob ich aber in den Zirkus mitgehen kann, das weiß ich nicht. Denn ich weiß nicht, was Zirkus ist. Tut das weh? Was ihr tun wollt, weiß ich nicht. Ich jedenfalls will nicht auf der faulen Haut liegen. Ich bin nämlich Sachensucher. Da hat man nie frei. Ich bin nämlich Sachensucher. Da hat man nie frei.